yo servus leute seid herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir reagieren heute auf az und ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen ich habe auf jeden fall auf google geguckt das heißt ich bin produce das ganze bei lucre und svena natürlich die kombi mit der az so ist leute so wir gehen kurz in die infobox dann starten wir direkt schon mit der reaction ball hat mir weitere vorschläge immer rein ihr wisst bescheid so produziert lucre swenna mix und mastering ist von lex bakkei und niklas neumann videos von sonnen productions okay haben wir eigentlich alles wichtige was wir brauchen und kennt man natürlich alle ne kennt man kennt man leute so letzter song hier aventador war auch wild digger war auch wild mit la ross wir gehen rein az ist am start ohne jam glaube ich wird das ausgesprochen was ich bin heißt so zack lautstärke gucken wir gleich ne so let's go okay ich sag mal so unerwartet ich habe wirklich nicht damit gerechnet dass uns ein deeper song erwartet kann sich auch jetzt gleich 180 grad drehen aber hört sich an als würde uns hier ein deeper song erwarten gucken mal gucken leute wenn wir auch nice ach du bin wach wo sind meine jungs die hälfte in haft die androhr flucht guck was geld mit uns macht die engel sich dumm keine kommt zur vernunft alle kommen vom mund okay war dieses check check kann sein dass er jetzt ausrastet kann jetzt sein dass du dieser ausraste artz stimme kommen aber bis jetzt hier auf jeden fall die bestimmung bis jetzt die bestimmung wo sind die jungs in haft und auf der flucht ich habe euch gesagt du weißt bei rzeit nicht genau was ich erwarten wird der typ ist einfach so vielseitig der kann party leader bringen der kann die besachen bringen der kann aggressive sachen bringen so unerwartet du dachtest hier jetzt so die person kommt auf dich zu aber dieses check check und jetzt rasset er aus einfach nur nice geiler geiler flow ich gehe noch mal ein stück zurück leute auch wie das so das video und so hat sie einfach auch komplett gewandelt erst mal diese die bestimmung gehen mit was war das mit dem licht kerzen ich weiß es nicht und jetzt so eine stimmung ganz anders keine offenschloss keiner spielt mit meinem brot okay wieder eine ganz ganz ruhige prüge ich glaube das ist so typischer zeit ruhige prüge und damit die hoch noch mal so richtig wie eine faust reinkommt also paar erster part war wild der flow war geil ne hier hat hier so einen geilen flow hier drinne nice wochen lang ohne schlafen jeder tag ist ein toter tag okay digga es ist es ist doch eine andere hook ich dachte wirklich es wird ein aggressiver hook aber es ist schon so eine deeper hook krass digga az mixt hier gerade so deep ist mit aggressiven das ist so richtig gemischt hier ist mal was neues an sich so deutsch rap mäßig junge wie ich muss sagen so richtig diese dieben lines von az auf so einer angenehmen autotune stimme kommt schon gut gefühl rüber kommt schon gut gefühl rüber schon nice hat sich das jetzt gerade angehört ist az jetzt bruder ich glaube ja ne albi okay ohne jam hat er gesagt jetzt wissen wir wenigstens wie man es ausspricht was hat er gesagt atas jahren ohne jam was heißt das vielleicht ich weiß wer ich bin gerne mal reinschreiben was es bedeutet was er da in der hook gesagt hat so jetzt kommen wir in den zweiten part rein eine situation die az schon oft in seinem leben gesehen hat ein verhör weißt du was gerade so bei mir hochkommt die zeit war als er raus aus dem knast kam fast live album da war und einfach so ab ging krass junge guck mal dieser ader digga richtig der ja der gibt dem musik wie du sogar vollgas der der fühlt der fühlt und normal diese ader zeigt wie er fühlt ich schwöre digga die bananen das land sitzen in basat international sind auf jahr die batzen in der tasche stell mich immer vor die wahl höre ich auf will der teufel meine seele ich bezahl okay guck mal das war der zweite part war auch nice ich muss sagen erster part habe ich aber ein bisschen mehr gefühlt aggressiven parts habt ihr gehört jetzt guck mal die prüger kann wie sich das so wandelt auf einmal es sind die wohnung wochen lang ohne schlafen naja das meine ich jetzt das meine ich hooke hooke so zerreißen die hooke nimmt somit die ich direkt noch mal jetzt hören alter jetzt das war die pro jetzt kommt die hooke die hooke ist geil also ich muss sagen die hooke ist echt sehr sehr geil und wie gänseaut das immer ist wenn az mama erwähnt digga in so vielen songs Mama ich kaufe dir eine villa in weiß und so an sich so viele songs mama lines das geht so ins herz das zeigt digga der ist so da für seine mutter der ist so krass da für seine mutter wir leben das doch geben dafür auch unsere seele ab real talk und unnäher brett brett du denkst jetzt die dann aggressiv dann wird wieder die dann wieder aggressiv verschiedene gefühle kommen in diesem song hoch hat das ja hat das gerne monika sehr sehr schöner beat auch von von locri und söner haben die sehr haben die sehr sehr schön gemacht an sich so piano sachen ballern die machen die schon echt sehr sehr nice so leute das war's ich lasse noch ein bisschen laufen ok leute das war's natürlich hier support ist kein mord az neue welt ihr wisst bescheid macht's gut haut rein und ciao ja 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 Vielen Dank.